Kapitel 7 Araviz in Tashban Und das war geschehen. Als Araviz sah, wie Shasta von den Narnianen weggeführt wurde, und als es ihr klar wurde, dass sie mit den beiden Pferden, die klugerweise kein Wort sagten, allein war, da verlor sie nicht eine einzige Sekunde lang den Kopf. Sie packte Brees Strick und blieb stehen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, doch sie ließ sich nichts anmerken. Als die Herren aus Narnia vorübergegangen waren, wollte sie sich wieder in Bewegung setzen. Doch noch bevor sie den ersten Schritt gemacht hatte, tauchte schon wieder ein Ausrufer auf. Macht Platz, macht Platz, macht Platz für die Takena Lazaraleen. Gleich hinter dem Ausrufer gingen vier bewaffnete Sklaven und dahinter kamen vier Träger mit einer Sänfte, an der seidene Vorhänge flatterten und silberne Glöckchen klirrten. In der ganzen Straße roch es plötzlich nach duftenden Ölen und nach Blumen. Hinter der Sänfte ging Sklavin in herrlichen Gewändern. Dahinter folgten Diener, Laufburschen, Pagen und alle möglichen anderen Bediensteten. Sie kannte Lazaraleen sehr gut. Es war fast, als wären sie zusammen zur Schule gegangen, denn sie hatten oft die gleichen Häuser und die gleichen Feste besucht. Aravis konnte nicht anders. Sie musste einfach wissen, wie Lazaraleen jetzt, wo sie verheiratet war und zu den allerbesten Kreisen gehörte, wohl aussehen mochte. Das wurde ihr zum Verhängnis. Die Augen der beiden Mädchen trafen sich. Lazaraleen setzte sich sofort auf und rief laut »Arabis, was machst du denn hier, dein Vater?« Keine Sekunde war zu verlieren. Aravis ließ die Pferde los, hielt sich am Rand der Sänfte fest, schwang sich zu Lazaraleen hinauf und flüsterte ihr aufgeregt ins Ohr »Sei still, hörst du? Kein Wort mehr. Du musst mich verstecken. Sag deinen Leuten.« »Aber Liebling«, protestierte Lazaraleen lautstark. »Es machte ihr gar nichts aus, dass die Leute starrten. Das war ihr sogar ganz recht.« »Tu, was ich dir sag, oder ich rede nie wieder ein Wort mit dir«, zischt Aravis. »Rasch, bitte rasch.« »Lass. Es ist schrecklich wichtig. Sag deinen Leuten, sie sollen die beiden Pferde mitnehmen. Dann musst du die Vorhänge schließen und wir müssen irgendwo hin, wo man mich nicht findet. Beeil dich bitte.« »Na gut, Liebling«, sagte Lazaraleen träge. »He, nimm die Pferde der Krakena mit«, befall sie den Sklaven, »und bringt uns nach Hause. Liebes, wir sollten wirklich an einem solchen Tag wie heute wirklich die Vorhänge schließen? Also ich finde.« Aber Aravis hatte die Vorhänge schon zugezogen. Die Sänfte hatte sich jetzt in ein duftendes, aber ziemlich stickiges, zeltartiges Gebilde verwandelt. »Ich darf nicht gesehen werden«, sagte Aravis. »Mein Vater weiß nicht, dass ich hier bin. Ich bin fortgelaufen.« »Oh, wie aufregend, meine Liebe«, entgegnete Lazaraleen. »Ich kann es kaum erwarten, dass du mir alles erzählst. Liebling, du sitzt auf meinem Kleid. Gib Acht. Ja, so ist es besser. Das Kleid ist neu. Gefällt es dir? Ich habe es bei...« »Oh, Lars, sei ernst«, bat Aravis. »Wo ist mein Vater?« »Wusstest du das nicht?«, fragte Lazaraleen. »Er ist hier in der Stadt. Er kam gestern und er fragt überall nach dir. »Und dabei bist du hier bei mir. Und er hat keine Ahnung. So etwas Komisches habe ich noch nie gehört.« Sie begann zu kichern. »Sie hatte schon immer gern gekichert«, erinnerte sich Aravis. »Es ist überhaupt nicht komisch«, protestierte sie. »Es ist schrecklich ernst. Wo kannst du mich verstecken?« »Das ist ganz einfach, mein liebes Kind«, sagte Lazaraleen. »Ich nehme dich mit nach Hause. Mein Gatte ist fort und keiner wird dich sehen.« »Puh. Es macht keinen Spaß, wenn die Vorhänge zugezogen sind. Ich will die Leute sehen. Es ist völlig witzlos, ein neues Kleid anzuziehen, wenn es keiner sieht.« »Ich hoffe, es hat dich keiner gehört, als du vorhin so laut geschrien hast.« »Nein, nein, natürlich nicht, Liebling«, entgegnete Lazaraleen geistesabwesend. »Aber du bist mir noch nicht gesagt, was du von meinem Kleid hältst.« »Noch etwas«, vor Aravis fort, »du musst deinen Leuten sagen, sie sollen diese beiden Pferde mit Respekt behandeln. Das gehört zu meiner Geschichte. Es sind nämlich sprechende Pferde aus Narnia.« »Na sowas«, sagte Lazaraleen, »wie aufregend. O Liebling, hast du die Königin von Narnia gesehen? Sie ist zur Zeit in Taschbahn. Man sagt, Prinz Rabadash sei furchtbar in sie verliebt.« »In den letzten zwei Wochen fanden die herrlichsten Feste und Jagden und alles Mögliche statt. Ich selbst finde sie ja nicht so hübsch, aber ein paar von den narnianischen Männern sehen fantastisch aus.« »Ich war vorgestern bei einem Fest auf dem Fluss und ich trug meinen, wie können wir verhindern, dass deine Leute herum erzählen, dass du eine Besuchin hast, die angezogen ist wie die Tochter eines Bettlers, sonst erfährt es vielleicht noch mein Vater.« »Ach, reg dich bloß nicht auf, meine Liebe«, sagte Lazaraleen, »wir werden dir gleich ordentliche Kleider besorgen.« »So, wir sind da.« Die Träger waren stehen geblieben und ließen die Senfderer ab. Als die Vorhänge zurückgezogen waren, sah Aravis, dass sie sich in einem gartenartigen Innenhof befand. Er sah fast genauso aus wie der, in dem man in einem anderen Teil der Stadt ein paar Minuten zuvor Schasta gebracht hatte. Lazaraleen wollte sofort ins Haus gehen, aber Aravis flehte sie an, sie solle den Sklaven befehlen, kein Wort über die seltsame Besucherin ihrer Herren zu verlieren. »Tut mir leid, Liebling, das hatte ich vollkommen vergessen«, sagte Lazaraleen. »He, hört her, ja, du auch, Türsteher, keiner verlässt mir heute das Haus. Jeder, den ich dabei erwische, wie über diese junge Dame redet, wird zu Tode geprügelt. Dann wird er bei lebendigem Leibe verbrannt und anschließend sechs Wochen lang bei Wasser und Brot eingesperrt. Verstanden?« Obwohl Lazaraleen gesagt hatte, sie könne es kaum erwarten, dass Aravis ihr alles erzählte, zeigte sie jetzt keinerlei Interesse. In Wirklichkeit redete sie viel lieber selbst, als zuzuhören. Sie bestand darauf, dass Aravis ein ausgiebiges Bad nahm. Dann ging sie erst einmal daran, die Kleider für Aravis auszuwählen. Aravis wurde fast wahnsinnig bei dem Theater, das Lazaraleen dabei aufführte. Doch nach dem Essen, das hauptsächlich aus Sahne, Götterspeise, Früchten und Eiscreme bestand, setzten sie sich in eine wunderschöne Säulenhalle, die Aravis viel besser gefallen hätte, wäre nicht Lazaraleens verzogenes Äffchen überall herumgeklettert. Nun fragte Lazaraleen schließlich, warum Aravis von zu Hause fortgelaufen sei. Als Aravis ihre Geschichte beendet hatte, meinte Lazaraleen, »Aber Liebling, warum heiratest du denn nicht diesen Ashoster Tarkhan? Alle finden ihn ganz wunderbar. Er wurde eben zum Großwizi ernannt, jetzt wo der alte Aksata tot ist. Wusstest du das nicht? Ach, das ist mir egal. Ich kann seinen Blick nicht ertragen«, erklärte Aravis. »Aber Liebling, stell dir nur vor, er hat drei Paläste und einer davon ist dieser herrlich schöne Palast unten am See in Ilken. »Was mich betrifft, so kann er seine Paläste behalten«, sagte Aravis. »Du warst schon immer ein komisches Mädchen«, Aravis, sagte Lazaraleen. »Was willst du eigentlich noch mehr?« Doch schließlich gelang es Aravis, ihre Freundin zu überzeugen, dass es ihr ernst war. Sie schmiedeten sogar Pläne. Es war kein Problem, die beiden Pferde zum Nordtor hinaus und zu den Gräbern zu bringen. Keiner würde einen gut gekleideten Pferdeknecht, der ein Streitross und eine Stute mit Darmsattel zum Fluss hinunterführte, anhalten und ausfragen. Und Lazaraleen hatte viele Pferdeknechte, die sie schicken konnte. Aber was Aravis selbst betraf, so war das Ganze nicht so einfach. Aravis schlug vor, man könne sie ja in der Senfte hinter geschlossenen Vorhängen hinaustragen. Aber Lazaraleen erklärte, Senften benutze man nur in der Stadt. Der Anblick einer Senfte, die zum Stadttor hinausgetragen wird, müsse einfach auffallen. Doch schließlich klatschte Lazaraleen in die Hände und rief, oh, da fällt mir etwas ein. Es gibt noch einen Weg aus der Stadt hinaus, wenn man nicht das Stadttor benutzen will. Der Garten des Tisrock, möge er ewig leben, führt bis zum Wasser hinunter. Dort gibt es eine kleine Tür. Sie ist natürlich nur für die Leute bestimmt, die im Palast wohnen. Aber weißt du, und nun kicherte sie wieder, wir gehören ja fast zum Palast. Du hast Glück gehabt, dass du ausgerechnet mich getroffen hast. Der liebe Tisrock, möge er ewig leben, ist so nett. Wir werden fast jeden Tag in den Palast gebeten und wir sind dort beinahe wie zu Hause. Ich liebe all die Prinzen und die Prinzessinnen und von Prinz Rabba, das bin ich völlig hingerissen. Ich habe jederzeit bei Tag und Nacht Zutritt zum Palast. Warum sollte ich also nicht im Dunkeln mit dir hineingehen und dich unten am Wasser zur Tür hinauslassen? Dort sind immer ein paar Kähne angebunden und selbst wenn wir erwischt werden, dann wäre alles verloren, sagte Arrevis. Aber sie wusste auch keine bessere Lösung. Ja, wir müssen es riskieren. Wann können wir aufbrechen? Och, nicht heute Abend, erklärte Lazaralehen. Auf keinen Fall. Heute Abend findet ein großes Fest statt. Ich muss mir jetzt gleich die Haare frisieren lassen. Und da ist im Palast alles taghell erleuchtet. Eine Unmenge von Leuten wird da sein. Wir müssen bis morgen Abend warten. Das waren schlechte Nachrichten, aber Arrevis war gezwungen, das Beste daraus zu machen. Der Nachmittag zog sich endlos lange hin. Arrevis war sehr erleichtert, als Lazaralehen sich endlich auf den Weg zu dem Fest machte. Arrevis hatte genug von ihrem Gekicher und Geplapper. Sie legte sich früh zu Bett. Es war wunderschön, wieder mit Kissen und Laken zu schlafen. Doch auch der nächste Tag wollte kein Ende nehmen. Lazaralehen fing immer wieder von vorn an und erklärte, Arrevis, Narnia sei ständig von Schnee und Eis bedeckt und von Dämonen und Zauberern bewohnt. Sie fand, Arrevis sei einfach verrückt, ausgerechnet nach Narnia zu wollen. Und dann auch noch mit diesem Bauernjungen, schallt Lazaralehen. Auch Arrevis hatte viel darüber nachgedacht und war zu dem Schluss gekommen, eine Reise mit Shasta müsse eigentlich mehr Spaß machen, als das Leben der Reichen in Taschbahn. Deshalb entgegnete sie, Du vergisst, dass auch ich ein Niemand sein werde, wenn wir Narnia ankommen, genau wie er. Außerdem habe ich es versprochen. Wenn ich mir vorstelle, sagte Lazaralehen, die fast weinte, dass du die Frau eines Großvideos sein könntest, wenn du nur vernünftig wärst. Arrevis ging nach draußen, um sich in Ruhe mit den Pferden zu unterhalten. Kurz vor Sonnenuntergang bringt euch ein Pferdeknecht zu den Gräbern, erklärte sie. Aber jetzt ist Schluss mit den Packgollen. Ihr werdet wieder gezäumt und gesattelt. Huyns Satteltaschen müssen mit Lebensmittel vollgepackt werden und du, Bré, du musst eine gefüllte Wasserhaut tragen. Der Mann ist angewiesen, dafür zu sorgen, dass ihr euch jenseits der Brücke satt trinken könnt. Und dann auf nach Narnia und in den Norden, flüsterte Bré. Aber was machen wir, wenn Shasta nicht bei den Gräbern ist? Dann warten wir natürlich, meinte Arrevis. Ich hoffe, ihr hattet es schön gemütlich. Ich stand bisher noch nie in einem Stall, erklärte Bré. Und falls der Gatte deiner albernen Freundin seinen ersten Pferdeknecht dafür bezahlt, den besten Hafer zu besorgen, dann wird er von dem Mann meiner Meinung nach betrogen. Arrevis und Lazaraleen nahmen ihr Abendessen in der Säulenhalle ein. Etwa zwei Stunden später waren sie bereit zum Aufbruch. Arrevis war gekleidet wie ein höher gestelltes Sklavenmädchen einer reichen Familie. Vor dem Gesicht trug sie einen Schleier. Falls man sie unterwegs befragen sollte, hatten sie vereinbart, dass Lazaraleen sagen sollte, Arrevis sei eine Sklavin, die sie einer der Prinzessinnen zum Geschenk machen wollte. Die beiden Mädchen machten sich zu Fuß auf den Weg. Und schon noch ein paar Minuten waren sie an den Palasttoren angekommen. Hier standen natürlich Soldaten und hielten Wache. Doch der Offizier kannte Lazaraleen gut und befahl seinen Männern, stramm zu stehen und zu salutieren. Rasch gingen die beiden durch die Halle des schwarzen Marmors und weiter durch die Halle der Säulen, die Halle der Statuen und die Kolonnaden, vorbei an den großen, gehämmerten Kupfertoren des Thronsaals. All das, was sie im Dämmerlicht der Lampen erkennen konnten, war so überaus prächtig, dass man es gar nicht beschreiben konnte. Gleich darauf traten sie in den Garten, der sich über unzählige Terrassen hinabsenkte. Sie durchquerten ihn und gingen hinüber zum alten Palast. Es war inzwischen fast dunkel geworden und jetzt fanden sie sich in einem Gewirr von Gängen wieder, die nur von den spärlichen, an der Wand befestigten Fackeln beleuchtet waren. An einer Stelle, wo man sowohl nach links als auch nach rechts gehen konnte, blieb Lazaraleen stehen. Geh weiter, flüsterte Arabes, die schreckliches Herzklopfen hatte, weil sie immer noch befürchtete, sie könne an der nächsten Ecke auf ihren Vater stoßen. Ich frage mich, sagte Lazaraleen, ich bin nicht ganz sicher, wie wir hier gehen müssen. Ich glaube, wir müssen nach links. Ja, ich bin fast sicher. Oh, das macht Spaß. Sie wandten sich nach links, in einem kaum beleuchteten Gang, der kurz danach auf steinerne Stufen mündete, die abwärts führten. Wir sind richtig, sagte Lazaraleen, jetzt weiß ich es wieder. An diese Stufen erinnere ich mich. Doch in diesem Augenblick tauchte vor ihnen ein Licht auf, das sich bewegte. Eine Sekunde später waren zwei Männer zu erkennen, die mit langen, brennenden Kerzen einen königlichen Zug anführten. Arabes spürte, wie Lazaraleen nach ihrem Arm griff, so fest, dass es wehtat. Arabes wunderte sich, dass Lazaraleen solche Angst hatte, wo der Tisrog doch angeblich so gut Freund mit ihr war. Aber zum Nachdenken blieb ihr keine Zeit. Da ist eine Tür, flüsterte Lazaraleen. Rasch! Sie schlüpften hinein und schlossen die Tür vorsichtig hinter sich. Es war stockdunkel. Arabes konnte am Atmen ihrer Freundin hören, dass diese vor Angst außer sich war. Tasch möge uns beschützen, flüsterte Lazaraleen. Was sollen wir tun, wenn er hier reinkommt? Wo können wir uns verstecken? Unter ihren Füßen spürten sie einen weichen Teppich. Sie tasteten sich weiter in den Raum hinein. Plötzlich stießen sie gegen ein Sofa. »Komm, wir verstecken uns dahinter«, flüsterte Lazaraleen. »Oh, wären wir nur nicht hierher gekommen.« Zwischen dem Sofa und der mit Vorhängen bespannten Wand war ein wenig Platz. So gut es ging, kauerten sie sich nebeneinander hin. Der eigene Atem erschien ihnen schrecklich laut, doch sonst war nichts zu hören. »Meinst du, wir sind hier sicher?«, flüsterte Arabes so leise wie möglich. »Ich, ich, 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 ich glaube schon«, flüsterte Lazaraleen. »Meine armen Nerven!« Und nun geschah etwas Schreckliches. Die Tür öffnete sich. Und dann wurde es hell. Und weil Lazaraleen so viel Platz brauchte, dass Arabes schon mehr neben als hinter dem Sofa hockte, musste sie alles mit ansehen. Zuerst kamen die beiden Sklaven herein. Sie stellten sich mit den Kerzen in der Hand zu beiden Seiten des Sofas auf. Und das war gut so, denn jetzt, wo ein Sklave vor ihr stand und Arabes zwischen seinen Fersen hindurch lugte, konnte man sie nicht mehr so gut sehen. Dann kam ein alter, sehr fetter Mann mit einer komischen spitzen Kappe. Daran erkannte Arabes, dass es der Tisrok sein musste. Der unscheinbarste unter den Juwelen, die er trug, war mehr wert als alle Kleider und Waffen der nanianischen Edelleut zusammengenommen. Aber er war so fett und mit so vielen Fransen, Falten, Troddeln, Knöpfen, Quasten und Anhängern geschmückt, dass Arabes sich überlegte, um wie viel hübscher doch die nanianische Mode war. Hinter ihm kam ein großer junger Mann mit einem Federn- und Juwelen geschmückten Turban auf dem Kopf und einem Krummsäbel an der Seite, der in einer Perlmutzscheide steckte. Er schien sehr aufgeregt zu sein, und seine Augen und seine Zähne blitzten gefährlich im Licht der Kerzen. Als letzter kam ein kleiner, buckliger, runzliger alter Mann. Mit Schaudern stellte Arabes fest, dass es Ashosta Takan war, der eben ernannte Großvisier, dem sie vermehlt werden sollte. Als sich die Tür hinter den drei Männern geschlossen hatte, setzte sich der Tissrock mit einem zufriedenen Seufzer auf das Sofa. Der junge Mann blieb vor ihm stehen, und der Großvisier ließ sich auf die Knie- und Ellbohnen sinken und verbeugte sich, bis sein Gesicht platt auf dem Teppich lag.